Eine bemerkenswerte Frau der Renaissance war die Kaufmannstochter Philippine Welser, die 1527 in Augsburg in einer reiche Patrizia-Familie geboren wurde. Für die damalige Zeit war die 29 Jahre junge Frau bereits eine alte Jungfer, als sie mithilfe ihrer Tante den zwei Jahre jüngeren Erzherzog Ferdinand II. von Habsburg kennen und lieben lernte, so die Vermutung. Sicher ist, dass die beiden im Jahr 1557 heimlich geheiratet haben. Eine Ehe mit einer bürgerlichen kam für den Habsburger Hof nicht in Frage. Als die heimliche Verbindung herauskam, wurde diese schließlich unter Auflagen nachträglich gebilligt. Die Nachkommen des Paares, zwei Söhne und ein Zwillingspaar, das noch im Säuglingsalter verstarb, sollten zwar von der Abfolge ausgeschlossen, jedoch gut versorgt werden und das Wappen der Habsburger führen dürfen. Im Gegenzug durfte die Vermählung nicht öffentlich gemacht werden. Im Jahr 1567 bezog das Paar ihren Lieblingssitz, Schloss Ambras bei Innsbruck. Dank ihres kunstsinnigen und gelehrten Mannes wurde das Schloss prunkvoll ausgebaut. In einer Wunderkammer entstand die bedeutende Ambraser Kunstsammlung. Gäste aus aller Herren Länder wurden von dem Kunstmäzen Ferdinand bewirtet. Auch Philippine entdeckte ihre Leidenschaft und legte einen Kräutergarten an. Ihre Kenntnisse in der Tiroler Hausmannskost und der Arznei setzte sie für wohltätige Zwecke in ihrer Umgebung ein. Es heißt, sie soll ein Kochbuch sowie ein Arzneibuch geschrieben haben. Erst 19 Jahre später konnte sie die offizielle Rolle als volksnahe Arzharzogin einnehmen. Der Papst genehmigte die Aufhebung der Geheimhaltung ihrer Ehe. Der Grund war, ihr Sohn Andreas benötigte einen Beweis seiner legitimen Herkunft für eine Kardinallaufbahn. Die als glücklich geltende Ehe endete im Jahr 1580. Philippine starb an einem Leberleiden mit 53 Jahren. Die Habsburger Familie erhob die Kinder des Paares nachträglich in den Adelsstand. Philippine starb an einem Leberleiden mit 53 Jahren. Untertitelung des ZDF, 2020